Lendkanal bei Maria Loreto 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 Trail entlang des Wörters ist Trail entlang des Wörters Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weg zu den Spindigteichen. Applaus Trail zu den Spindigteichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier hat er. Abstecher zum oberen Spindigteich, rechts, Weiterfahrt nach dem Abstecher. Hier hat er. 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 Nun geht es. Nun geht es den Abstecher wieder zurück. Abfahrt. Abfahrt über die Teichstraße nach Reifnitz. Hier hat er. Hier hat er. hier hat er. Hier muss man links abzweigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Appell auf den Pyramidenkugel. Appell. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aussichtsturm Pyramidenkogel ... Vielen Dank. Vielen Dank. Diese Schleife davor geht's noch. Jetzt muss ich mir ein Fahrrad hingehen. Aussichtstour mit Restaurant und Rutsche. Ja, das ist so leicht. Blickrichtung Wörtersee. Downhill vom Pyramidenkogel. Das ist so leicht. 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 Das ist gut. Das ist so leicht. Beim Downhill rasch nicht die Linksabzweigung übersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und in einer Rechtskurve rechts hinunter in den Wiesentrail. Vielen Dank. Vielen Dank. Trail in Linden Trail in Linden Trail zum Kaltschachersee Trail in Linden Trail in Linden Trail in Linden Trail in Linden Weg vorbei am Baskeigensee und Rauschelesee Trail in Linden Ein Zufluss zum Baskeigensee Trail in Linden Trail in Linden Trail in Linden Trail um den Goritschneckugel Trail um den Goritschneckugel Trail in Linden Trail in Linden